Okay, unser Tagesordnungspunkt, Leiden des jungen Günther, mal Übergang in das Rentner-Dasein. Das ist unser Tagesordnungspunkt für Sie alle, wir sind in der Aufmerksamkeit dafür. Lauter! Ja, wir sprechen nicht mit Mikrofon, das geht nicht, deswegen bitte ich einfach leiser zu sein und wir bemühen uns laut zu sprechen. Wir haben uns Gedanken gemacht, was will Günther bloß machen, was wird er machen, wenn er ins Rentner-Dasein übergeht. Und das ist deswegen auch ein Bestandteil dieser Tagesordnung. Wir müssen uns ja alle darüber Gedanken machen, über die Zukunft, wir müssen ein Programm entwickeln dazu. Und wir sind ganz sicher, dass Günther, unser Vorsitzender, schon längst ein Programm überlegt hat und sich auch überlegt hat, welche Hoffnungen, welche Erwartungen und welche Enttäuschungen auf uns zu machen, welche Befürchtungen er hat. Und das haben wir uns jetzt schon mal so überlegt und zum Bestandteil unseres Vortrages gemacht. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Wenn ich erst einmal Rennner bin, dann weiß ich, was ich soll. Wenn ich erst einmal Rennner bin, den Garten soll ich pflegen. Wenn ich erst einmal Rennner bin, dann soll ich Rock'n'Roll tanzen lernen. Wenn ich erst einmal Rennner bin, dann weiß ich, was ich soll. Wenn ich erst einmal Rennner bin, dann weiß ich, was ich soll. Wenn ich erst einmal Rennner bin, dann weiß ich, was ich soll. Die obere Etage soll ich renovieren. Wende, weiß, nagel rein, oh, das geht aus Kreuz. Wende, weiß, nagel rein, oh, das geht aus Kreuz. Wenn ich erst einmal Rennner bin, dann weiß ich, was ich soll. Wenn ich erst einmal Rennner bin, dann weiß ich, was ich soll. Rennner bin, dass er an der czasu richtig ist. Leider, Leider, und ich bin euch in Bruggi, und ich bin euch in der Stadt. Sie hat aus seinemFRNCH-Gleichen, in der ich den Mondraum schießt, Und einer der litigsten Schöne, in der ich den Mondraum schießt, Und ich bin euch in der Stadt. Wenn ich erst einmal in der Kill, dann weiß ich, was ich will. Wenn ich erst einmal in der Kill, dann weiß ich, was ich will, wenn ich erst einmal in der Kill. Doppelkopf will ich spielen. Kontrare, Reh, Hirsch. Wieder Stich ist mein. Konkarré, wir Spock, dieser Stich. Eine Klappensammlung möchte ich sortieren. Hör dir, hör dir, ich brauche einen neuen Raum. Hör dir, hör dir, hör dir, hör dir, war jemand. man macht jetzt so Schlug- Wenn ich erst einmal renner bin, dann weiß ich, was ich bin. Wenn ich erst einmal renner bin... Whisky-Brogen würde ich machen. Mach narration, fließe Klavier und rückworte. Mach ein gliss im Prost zusammen! Mach ein gliss im Prost zusammen! Was ist das? Wenn ich jetzt ein Marenner bin, dann weiß ich, was ich will. Wenn ich jetzt ein Marenner bin... Na, Patagonien will ich reisen. Weite Landschaft, schöner Aussicht. Was ist das kalt? Weitte Landschaft, schöner Aussicht. Weite Landschaft, schöner Aussicht. Weitte Landschaft, schöner Aussicht. Es ist gerade für mich. Weitere, schöner Aussicht. Ich sage es mal, ich sage es mal, ich sage es mal, ich sage es mal. Ich sage es mal, ich sage es mal, ich sage es mal, ich sage es mal. Vielen Dank. Vielen Dank.